Moin Leute und herzlich willkommen auf ThePartyTV. Mein Name ist Patrick und willkommen beim 10. Vlog. Das heutige Thema ist, ich hab ein neues Format. Und zwar, das neue Format möchte ich euch einmal eben kurz vorstellen. Das neue Format nennt sich Kommentare kommentieren. Wie das abgeht, ist ganz einfach. Ihr schreibt mir eure Kommentare oder Fragen, die ihr an mich habt oder Fragen, die ich gerne klären soll oder sonstige Fragen. Schreibt ihr mir unten in den Kommentaren rein. Ich werde versuchen, diese Kommentare hier einzublenden und werde dann ganz einfach für euch diese Kommentare kommentieren. Es ist ungefähr eine Art, ja, Google Plus Hangout, aber nur halt als neues Format von mir. Ja, das war gerade meine Tür. Ich hab vergessen, die zuzumachen. Tut mir leid. Und ja, wie ich mir das neue Format vorgestellt hab, ist, wie er folgt, ich gerade gesagt habe. Ihr schreibt in den Kommentaren, ähm, zum Beispiel, hey, ThePartyTV, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, die Frage lautet, ja, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Dann nehm ich dieses Ding raus, diesen Kommentar und blende ihn hier ein. Und dann werde ich euch erklären, was ich in meiner Freizeit mache. Wenn ich nicht gerade hinter der Kamera stehe oder wenn ich nicht gerade irgendwelche Sachen mache, wie zum Beispiel eure Fragen zu kommentieren schon. Ja, ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefallen hat. Also wie gesagt, das neue Format heißt Kommentare kommentieren. Von ThePartyTV, also von mir, den Patrick. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ähm, ich hoffe, es kommen auch ein paar Fragen. Das heißt, was müsst ihr eigentlich machen dafür? Ihr seid ja meine Zuschauer und damit die Kommentare kommen, müsst ihr natürlich auch kommentieren. Und das Video teilen würde mich natürlich auch freuen. Abonnieren, favorisieren, dividieren, multiplizieren und was es nicht noch alles gibt. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr, ähm, gesagt habt oder einfach mal schreibt, wie ihr diese ganzen Formate findet oder was ihr halt noch für Tipps habt. Ich freue mich natürlich über alle Tipps. Und das war es eigentlich wieder von mir. Mein Name ist Patrick auf ThePartyTV. Ich sage bis dann, Leute. Und ciao, euer Patrick. Vielen Dank. Vielen Dank.